Samoa Cereal & Coffee Das Bistro Samoa Cereal & Coffee ist ein gemütlicher Ort, an dem du Zeit mit Freunden oder der Familie verbringen kannst. Die Menschen besuchen das Bistro normalerweise, um dort zu frühstücken oder einen Snack einzunehmen. Es stehen viele Typen von Müsli und Cornflakes mit Milch zur Verfügung. Die Milch kann hierbei verschiedene Farben haben, braun, pink oder blau. Das ist bei weitem nicht das einzigste. Es gibt auch Milkshakes, Kaffee und Kuchen.